Guten Tag, Shalom, Grüß Gott und Hallo, Willkommen beim Gameru Kanal, heute mit einem Produktvideo. Und zwar ging es um folgendes, ich bin gerade ein Abnehmer und wollte aber auf süße Getränke nicht verzichten. Allerdings haben die meisten Süßgetränke ein Zuckergehalt von 9,3 bis 9,8 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Das ist der Standard leider. Ich habe also wirklich nichts gefunden, wo annähernd weniger Kalorien gehabt hätte, bis ich dann auf Amazon gesurft bin und hier Best Body Vital Drink Zero Pop gesehen habe. Das Ganze ist ein Syrup, ein Konzentrat, wird eingesetzt, ein Mischungsverhältnis von 1 zu 80, das bedeutet, er bekommt aus diesem 1 Liter Syrup 80 Liter Getränk raus. Ihr könnt aber auch weniger reinmachen ins Wasser. Und zwar ist das so, wenn ihr euch eine Dosierpumpe dazu holt, die kostet zur Zeit bei Amazon 4,89 Euro, ist ein Pump von der Dosierpumpe 5 Milliliter von diesem Syrup. Das macht auch 400 Milliliter Wasser und hat dann einen intensiver Geschmack. Ihr könnt aber auch, wenn ich reinmachen, wenn das per Hand macht und bekommt da locker und lässig bis zum Dreifacher, also bis zu 240 Liter raus, wenn er wenig reinmacht, je nach Geschmack. So, das Besondere ist, das gibt es in 30 Geschmacksrichtungen, da ist also wirklich für jeden was dabei. Ihr habt zuerst Pfirsich gekauft, war wunderbar, schmeckt genauso wie ein Instant-Eistee. Dann habe ich mir Weltmeister gekauft, das war so lecker, das schwere mir jetzt noch davon. Und dann habe ich der absolute Oberhammer gekauft, nämlich eben hier Vital Drink Geschmack Brazilian Sun. Und Brazilian Sun ist der absolute Burner, das ist dermaßig, das ist unfassbar, da bin ich schon fast, ja, also ich lächle es danach. Das Ganze hat pro Pump weniger als 0,5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Weniger als 0,5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Susser Sprudel hat 9,3 bis 9,8 Gramm pro 100 Milliliter. So viel zum Thema. Inhaltsstoffe unter anderem B1, B6 und Jahrzehnt, was unter anderem für die normale Funktion des Nervensystems und normaler Energiestoffwechsel verantwortlich ist. Geschmacksrichtung ist eben Brazilian Sun, hat den Geschmack von Orange und Mango drin. Ich sage ja, dermaßig lecker. Wie gesagt, kann kalt oder warm getrunken werden, ich trinke es immer kalt. Ja, jetzt gerade im Sommer sowieso. Bin absoluter Fan-Bucher von Best Body Nutrition, weil einfach, wenn man es überlegt, 30 Geschmacksrichtungen, die macht sich die Mühe, 30 Geschmacksrichtungen herzustellen. Und alle drei, die getestet haben, waren der Burner, also gerade auch Waldmeister und hier Brazilian Sun, Oberhammer. Ja, absolut zu empfehlen das Ganze. Daumen hoch vom Gamerook. Bitte abonniert meinen Kanal, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Lasst ein Like da und schreibt mir bitte in die Kommentare, ob es euch gefallen hat oder nicht. Ich bin für jede Kritik und für jedes Dankeschön bin ich dankbar, denn ihr hilft mir, den Kanal wachsen zu lassen und ich werde noch weitere Produktvideos senden. Ihr seid die Besten und jetzt kommt das Beste vom Video, eiskalt. Beste. Bis zum nächsten Video, macht's gut, euer Gamerook.